Halbzeitpause. Aber jetzt hier 15 Minuten einfach nur rumsitzen und warten? Ne, da zeige ich euch lieber mal, wie man die Zeit sinnvoll verbringen kann. Bier, Fußball, Chips. Und passt, super Kombination. Aber auf Dauer ganz schön langweilig. Und deswegen zeige ich euch heute drei Variationen, wie ihr euer Halbzeitbierchen ordentlich aufmotzen könnt. Also, drei Biersorten. Haben wir hier ein ganz normales, helles, ein weißes Bier. Und, oh, voll im Trend, Pale Ale. Und als erstes würde ich sagen, machen wir dem Sommer entsprechend jetzt mal ein Mojito mit einem Hellen. So, Bierchen aufgemacht. Nehmt Minze, ganz wichtig, vorher anklatschen. Zack, rein. Eis, damit das Ding ordentlich runterkühlt. Weißer Rum. Dann nehmt ihr 4 Cl. Zack. Da drauf Zucker. Ich mag es gerne ein bisschen süßer. So. Saft von einer halben Limette. Ein Bier aufgießen. Mit dem Hellen. Das nächste ist ein Ginger-Bier. Also, ein richtiges Ginger-Bier. Dafür brauchen wir vor allem, sagt das Wort schon, Ginger, also Ingwer. Dann nehmt ihr euch mal ein Stück hier, schälen, kleinschneiden. Den Ingwer ein bisschen anstoßen. Eis drauf. Wodka. 4 Cl. Und die tun wir in den Shaker. Zudem Wodka kommen noch 2 Cl Zitronensaft dazu. Ganz lecker dazu. 2 Cl Holunderblütensirup. Das Ganze mit Eis abfüllen. Gieß du da wohl rein. Und Affeo-Shakes. Aufgießen. So. Ja, den ausdrinken, dann ist es Fußballern auch völlig egal. Bier-Cocktail-Variante Nummer 3. Und zwar brauche ich dafür Kumquatz. Basilikum. Wir reden nämlich hier von Basil Shandy. Ha? Rein. Hörst du auf, du gehst da rein. So. Das alles gemeinsam. Kann man mal sowas von zerstoßen. Das krieg ich auch noch. So. Eis drauf. Ja. Reicht. Jetzt nehmen wir Maracuja-Saft. 2 Cl. Grapefruit-Saft. Auch 2 Cl. Saft von einer halben Limette. Na. So. Holunderblütensirup ein bisschen. Um die Säure zu neutralisieren. Und den Spaß, den gießen wir jetzt auf mit mit einem Weißbier. Zack. Der ist richtig lecker. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der zweiten Halbzeit. Ey. Und bitte, wenn ihr schon alle drei Bier-Variationen gleich hintereinander euch reinzieht, fahrt nicht mehr Autokorso, okay? Ihr könnt den Autokorso auch laufen. Also, macht's gut. Tschüss. 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 Alle ballern aber auch richtig.